moin moin hallo bastler hallo abonnenten hallo neue ankömmlinge mein kanal ich grüße euch es dampft ihr auf dovel komm raus mit meinem kraken wir haben noch angenehme temperaturen ist früher morgen gerade gefrühstückt nach dem frühstück kommt das dampfen ich hatte euch ja angekündigt das unboxing nein nicht da da der chris leider war nicht viel das war ein weißer karton ihm hier so ein ganz stinknormaler weißer karton nichts großartiges drin außer die rechnung außer ein zertifikat in allen sprachen dass bei einer gewissen da seht ihr es bei vier zentimeter unten ein druck an liegt oder ein gewicht an liegt ja dass da eine abweichung sind von jetzt mit 0,01 millimeter dann eine bedienungsanleitung in mehreren sprachen ich kann nicht lesen lese ich erst gar nicht ich weiß auch so dass bei den diesen gerade bei diesem sondermodell was ja schon bei 3500 touren anfängt die kühlung so ein bisschen in den hintergrund tritt denn je schneller die dreht je besser ist die kühlung durch diese schlitze hier aber ich sag mal momentan habe ich nichts geplant um euch sie live fortzuführen das werde ich dann machen wenn es soweit ist momentan steht nichts in planung was soll ich da großartig sagen ich bin richtig happy und naja ich habe mir schon gedanken gemacht wo kannst du dir das erste mal einsetzen dies also so mit der hand was machen ist gar nicht möglich das ding ist einfach zu sehr schwer so für feinarbeiten mit der hand habe ich immer noch den remel aber ich kann euch sagen die läuft und sehr gut und mit einem griff ist aus und wir werden sehen das schöne ist gerade ich habe gerade gefrühstückt ich den ersten zug gemacht geht das telefon was meinst du war da drin ist kommt irgendwo irgendwo kommt das her ja wo kommt das her vom mister die 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 kann man ja gar nicht aussprechen wieder wie der denn heißt aus beijing aus china aber da kommen wir gleich zu und daher würde ich sagen seid geduldig lasst euch überraschen was die jane da aus fernost bekommen hat und dann würde ich sagen ich denke weil ich weiß man da drin ist aber wer weiß so dann möge der dampf mit euch sein bis gleich zu meinem nächsten video tschüss bei bei winke winke eure diane die smoke wolke bei bei m m m m m m Bis zum nächsten Mal.